Hi und willkommen zu einem neuen Video auf Deutsch, denn ich bin heute wieder on tour quasi. Heute besuche ich YourShape, ich mache ganz tolle Korsetts und geht's gleich mal rein zum Hallo sagen. Hallo. Hallo Céline. Schön, dass ich hier sitze. An einem Sonntag, an dem du extra aufgemacht hast? Ja, sehr gerne. Für dich immer. Das wollte ich. Ich sehe hier ganz viele Korsetts, ich habe schon ganz viele tolle Sachen gesehen. Alles selbst gemacht? Natürlich, alles selbst gemacht. Dann, ganz ehrlich, möchte ich auch einfach mal direkt was anprobieren, weil ich glaube es gibt so viel Auswahl, es wird ganz schön schwer jetzt das zu finden. Das lacht mich ja schon an. Ja, gute Wahl. Das sind Unterbrust-Korsetts. Ganz neue aus Echtleder. Oh, aus Echtleder. Obwohl es glänzt, das ist trotzdem Leder. Oh. Echtes Lackleder, genau. Dann wird das jetzt hier als erstes anprobiert. Wow. Das glänzt richtig und leuchtet. Ja. Also die Farbe ist echt cool. Das ist jetzt echtes Leder. Das ist echtes Leder. Komplett. Das ist auch super bequem. Ja. Merkt man. Ja. Ich habe gerade gehört, dass das ganz neu ist. Ja. Ich bin die Erste, die es anhat. Ja. Das ist schön. Du hast schon ordentlich geschnürt, aber es ist auch immer noch super bequem. Ja, das ist halt das, was ich auch möchte. Dass es bequem ist. Man muss sich ja bewegen können. Das stelle ich dir voll im Geist zu. Ich bin jetzt schon ein Fan davon, aber ich sehe auf der Puppe hier was mega cooles. Ein Korsettkleid. Ja. Darf ich das mal anprobieren? Auf jeden Fall. Sehr gerne. Was sagst du? Ja, super Figur. Und? Ist es bequem? Ja, sehr bequem. Wobei es ist jetzt auch eine M. Ja. Also man könnte quasi noch enger gehen. Ja. Aber es ist einfach sehr bequem, so muss ich sagen. Und praktisch mit den Zwei-Wege-Reißverschluss. Ja, das heißt, wenn ich jetzt da unten herankomme. Genau. Kann man die aufmachen. Ja. Kann man ein bisschen sphemer laufen. Ja. Und es hat zwei Schnürungen. Genau. Eine in der Taille. Ja. Und eine für den Rockteil hier unten. Ach cool. Also individuell quasi in der Oberteil-Unterteil-Schnürung. Ja. Und man hat nicht so viel so lange Schnürungen. Ja, stimmt. Ich muss jetzt zugeben, ich schnüre die selbst. Ich lasse immer die Schnürungen. Wie das geht. Weil ich faul bin. Also ich habe es so noch nicht gesehen, als quasi ein Korsett als Kleid. Ja. Langgezogen. Ja. Finde ich sehr schön. Und sieht auch ein bisschen extravagant oder außergewöhnlich aus. Einfach. Ja, man hat es direkt angezogen. Stimmt, man hat es direkt angezogen. Wir haben es jetzt gerade noch mit einem Shrug kombiniert aus Netzstoff, damit es nicht so ganz so leer ist hier oben. Was mir auch sehr gut gefällt optisch. Ich weiß nicht, was ich besser mag. Ohne oder mit. Auf jeden Fall mag ich das Korsettkleid. Gleich das nächste Aufbild. Du hast es ausgesucht. Ja. Und ich finde auch diese Kombination super. Elegantes Oberteil, Korsett in einem normalen, schlichten Taft und dann Lackrock dazu. Du hast es auch gelernt, ja. Genau. Ich bin gelernte Schnittdirektrice und mache das ja jetzt schon seit über zehn Jahren. Ja, okay. Und hast du auch den Rock gemacht? Den habe ich auch gemacht. Aber vorrangig machst du Korsetts? Ja. Immer ein paar Accessoires dabei. Warum gerade Korsetts? Die sind so schön weiblich. Ich glaube, das ist bisher mein Favorite, obwohl ich ja eigentlich nicht rosa mag. Ich mag ja nur Schwarzzeug. Kann ich dir gerne auch in einer anderen Farbe machen. Das heißt, du machst auch auf Wunsch, auf Maß, alles. Ja, genau. Alles. Alles bequem. Also ich muss auch sagen, auch das ist wieder sehr bequem jetzt hier. Bis auf Latex verwende ich fast auch sämtliche Materialien. So Lederlack. Ja. Mittlerweile auch Leder. Ich glaube, das kommt bestimmt auch sehr gut auf dem Lackrock. Dann schluppe ich jetzt mal rein. Ich glaube, das passt ganz gut dazu. Das ist der gleiche Ton. Das ist mal ein Party-Outfit, würde ich sagen. Krass. Auch mit dem passenden Halskorsetts, das ist schick. Sehr schick. Ja. Und du hast noch eine Alternative, habe ich gesehen. Ich habe so eine Alternative. Das ist nicht ganz so hoch. Ja. Und ein bisschen weicher. Das ist ein Truck quasi. Oder ein Schulter. Mit Schulter. Genau. Ein Halskorsetts mit Schulteransatz. Ist minimal zu groß. Ja, genau. Das müsste etwas kleiner sein. Natürlich auch am Hals. Ja, du könntest ja auch einfach auf Maß machen quasi. Ja. Wie bestelle ich bei dir oder wie komme ich an deine Kreaktionen rein? Natürlich hier im Geschäft, in Hatten. Ja, klar. Das hier. Genau. Dann über meine Webseite. Die verlinke ich unten im Text. Es gibt auch in ausgewählten Geschäften. Seid ihr auch vertreten? Genau. In ganz Deutschland habe ich Vertriebspartner oder mal auf einer Messe. Stimmt. Da haben wir uns auch gesehen auf der Obsidensorme. Genau. Gleich das erste Mal ein Korsett von hier an. Ja. Sobald die wieder starten, bin ich dabei. Stichwort, hier gibt es so viel zu entdecken. Also es gibt hier auch Taschen zum Beispiel und Schuhe und alles Mögliche, um das Outfit zu vervollständigen. Und deswegen auch, ja, Colliers und Schmuck. Das ist super hier. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Ich kann noch stundenlang weiter gucken und anprobieren hier. Aber ich glaube für das Video machen wir jetzt mal Schluss. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte heute. Sehr gerne. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe sehr schöne Korsetts gesehen und anprobiert. Ja, gerne. Können wir auch gerne nochmal wiederholen. Gerne. Oder du schickst mir was, einfach Bilder. Und wenn euch das gefallen hat, dann schaut mir die Links unter dem Video. Ich verlinke natürlich alles. Und dann war es das quasi. Und dann sagen wir Tschüss. Tschüss.